Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich noch nicht bei euch gemeldet die ganze Zeit. Ich habe so überlegt, ne? Ach, ich muss erst aufräumen und schminkst dich erst und machst dich schick. Das hatte ich letztens schon in einem Video. In dem Kosten für Kroatien vier Wochen. Wohnen wir in Kroatien, was das kostet. Da habe ich mich ja auch so unfertig vor die Kamera gesetzt. Und habe euch das auch erzählt, dass ich mich eigentlich fertig machen wollte. Und bla bla bla. Und dann habt ihr geschrieben, ja, das ist ja gerade das, was wir so schätzen, ne? Dass du dich auch so schrömmelig vor die Kamera setzt und ehrlich bist. Und da habe ich gedacht, jetzt, wir haben jetzt halb zehn. Es ist jetzt, wie es ist. Ich komme heute zu nichts. Livia ist heute, die braucht heute die Mama ganz, ganz stark. Ja, brauche ich mich heute, ne? Ich auch in Ordnung. Aber zumindest bis jetzt am Vormittag. Und deswegen, ja, habe ich sie halt die ganze Zeit auf den Arm, fast die ganze Zeit. Wir stillen ganz viel. Und deswegen sehe ich noch so aus, wie ich aussehe. Habe ich gerade mit einer Freundin geschrieben und so. Und habe ihr das halt alles so erzählt. Und dann kam mir so der Gedanke, ja, erzähle ich das jetzt hier im Vlog oder nicht? Wie ich mich halt so fühle, ne? Wie soll ich euch das erzählen? Wie erzähle ich euch das? Wir sind jetzt seit dreieinhalb Monaten unterwegs und alles ist so halbfertig. Und natürlich ist das auch so, dass einen das so ein bisschen mitnimmt. Dass man halt, ja, immer noch die Küche nicht fertig hat, nichts hat seinen Platz und so. Wir räumen alles, das habe ich euch mehrfach erzählt, von A nach B. Ich hätte es halt gerne alles fertig, aber es dauert halt alles. Wir fahren jetzt Ende der Woche, Ende dieser Woche fahren wir nach Deutschland. Erstmal, weil halt Ostern ist und weil wir die Familie wiedersehen möchten. Es sind Geburtstage, Familienfeiern stehen an. Wir hatten einen Trauerfall in der Familie, während wir hier sind. Und ja, halt ein paar Sachen zu erledigen und auch, also Sachen erledigen, wir treffen halt viele. Und auf dem Weg nach Deutschland werden wir in Österreich bei Obi unsere Arbeitsplatte für die Küche hier in Auftrag geben. Die Küche ist ja immer noch nicht fertig. Keine Spüle drin, keine Spülmaschine. Also nicht angeschlossen, die Spülmaschine und Spüle, weil halt keine Arbeitsplatte da ist. Hier in Ungarn, was war denn da nochmal? Achso, wir haben eine große Eckspüle und wir wollten die hier in Ungarn in Auftrag geben. Die Arbeitsplatte. Allerdings hatten die nicht so eine Übergrößenecke Arbeitsplatte. Die hätten sie dann geteilt und dann von unten mit Winkeln festgemacht. Dann haben wir gesagt, dafür möchten wir jetzt nicht über 1000 Euro bezahlen, um dann so ein gestückeltes Ding zu haben für die Eckspüle. Deswegen machen wir das auf den Weg, wenn wir nach Deutschland fahren, in Österreich. Und wenn wir dann wiederkommen, kurz danach können wir die abholen. Ich glaube, wir fahren von hier zu diesem Obi. Also wir sind jetzt hier in Ungarn für alle neuen Zuschauer. Fahren wir zwei, drei Stunden. Dann können wir die halt abholen. Und dann wird die mit der Rückwand, also mit dem Fliesenspiegel, was ungefähr eine Arbeitsfläche, wie die haben wir auch, Arbeitsfläche, Optik sein wird, fertig machen. Genauso, wenn wir weg sind, wird ja hier weitergemacht am Haus. Der Zaun wird installiert, was schon mal ein großer Schritt ist, weil dann kann der Smurf hier einfach rennen, hier auf dem Grundstück. Dann kann man den Bälle werfen hier. Wir können den hier ja nicht freilaufen lassen bis jetzt. Dann muss man halt immer auch noch spazieren gehen, viel. Und ja, das ist heute alles so. Ja, genau. Deswegen bin ich hier meine Gedanken halt und vielleicht merkt Livia das auch. So, jetzt lass mal kurz meine Akkus. Hieb mir den mal aus. Gib mir den mal her, den Akku da. Den brauche ich mal. Kann ich den hier reinmachen. Der Bernd ist schon unterwegs. Wir haben noch gar nicht gefrühstückt. Der ist zur Bank gefahren. Wir hatten da ja schon mal versucht, Daueraufträge einzurichten. Dann haben uns aber Briefe gefehlt für Wasser und sowas alles. Dass die halt entweder nicht abbuchen regelmäßig, sondern dass wir das überweisen. Aber wie auch immer, Daueraufträge halt. Das ging nicht. Hier, mach den hier rein, den Akku. Genau, dann ist das endlich erledigt, wenn wir halt auf Reisen sind. Ich halte das fest. Dass das monatlich einfach erledigt ist, diese Zahlungen. Ja, mach hier rein den Akku, Livia. Ja? Komm, wir holen mal dein Spielzeug. Ja, heute scheint endlich wieder die Sonne hier. Oh, gehst du zum Calvino? Komm mal raus, Livia. Zumachen. Heute scheint endlich die Sonne wieder hier in Ungarn. Gott sei Dank. Ja, wenn wir die raus holen, die Dinger, dann kannst du damit spielen. So, pass auf. Ich hole sie dir raus. Das heißt, wir können heute, wir wollen ein bisschen die Terrasse aufräumen. Da sieht es auch aus. Also man stellt halt alles immer, kann nur draußen hin, damit es hier von der Füße ist. Ja, und es ist halt einfach original Baustellenleben. Und ehrlich gesagt, wenn wir jetzt mit dem Wohnwagen losfahren, Ende der Woche freue ich mich auch. Dann hat man so ein bisschen Ruhe. Kann man ein bisschen, ja, da hat man halt nicht so viel zu tun, weil halt ist ja nur drei Quadratmeter. Ach man, jetzt hat das wieder nicht richtig sich aufgelöst hier. Diese Pads. Mama, manchmal gehen die ins Umi rein und dann lösen die sich nicht auf. Dann muss ich noch mal waschen. Ärgerlich. Ja, das ist aber ärgerlich, ne, Linia? Gestern haben wir hier noch, boah, eine halbe Stunde Bernds Portemonnaie gesucht. Abends. Voll müde gewesen. Huch. Ja, wir waren so müde. Wir mussten dann noch Papas Portemonnaie suchen. Das hast du gar nicht mitbekommen. Aber was ich dann gefunden habe, waren die hier. Ich habe seit Tagen, Wochen so Lust auf Lakritz. Muss ich mir aus Deutschland unbedingt welche mitnehmen. Ich habe hier noch keine Lakritz gefunden. Ja, komm mal mit. Wir gehen mal da hin in unseren super Flur, der so unaufgeräumt ist. Genau, Kinderwagen lassen wir auf jeden Fall hier. Wir gehen gleich auch raus, Livia. Den Kinderwagen lassen wir hier, wenn wir nach Deutschland fahren. Unsere Winterjacken nehmen wir mit. Und hier ist schon so eine riesige Teddy-Tüte. Da packe ich schon die ganze Zeit Sachen rein, die in den Wohnwagen kommen, die wir mitnehmen auf jeden Fall. Und das muss heute in den Wohnwagen rein. Dann ist es hier nämlich schon mal von den Füßen. Und da kommen jetzt auch noch mehr Sachen rein. Gestern haben wir ja den Wohnwagen geputzt. Manchmal weiß sie selber nicht, was sie hat. Den haben wir gestern geputzt und ausgeräumt. Und jetzt sind so Sachen wie Akkus laden. Unsere Power Oak laden. Hier ist Akkuladestation, dass das alles voll ist. Wir werden ein Teil wieder wild stehen in Österreich. Aber wir haben auch einen Stellplatz, das haben wir 15 Euro dann für eine Nacht. Da haben wir unbegrenzt Strom und Wasser und können spülen und so. Und Ende April, Anfang Mai, da ist was richtig Schönes geplant. Da haben wir uns einen Campingplatz gebucht. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Aber das verrate ich noch nicht. Wo wir da sind, das wird so schön. Livia, das wird so schön. Da haben wir einen Kurzurlaub. Ja, das wird eine Überraschung für die Zuschauer. Ja, mach das mal da rein, dein Puzzle. Blau. Blau. Ja, gut. Jetzt wäsch die Waschmaschine nochmal. Ach, hier, siehst du, ist auch Ladestation. Alles voll. Diese Lampen haben wir überall im Wohnwagen. Guck mal, wie unser Tisch aussieht. Ja, wie der Tisch aussieht, wie ich aussehe. Bernd ist wieder da und hat den Einkauf mitgebracht. Ich zeige euch eben, was es alles gibt. Zweimal Pilze. Was machen wir damit nochmal? Ja, ein Brat mit Speck. Stimmt, wir haben diesen veganen Speck bekommen. Das schmeckt richtig lecker. Die letzten beiden Packungen, die haben jetzt 60 Cent gekostet. Ein Schälchen. Zweimal Sonnenblumenöl, weil es das in Deutschland nicht gibt. Oder warum hast du das mitgemacht? Weil die letzte Flasche angebrochen haben. Ah, okay. Weil ich habe gestern auf Facebook gesehen, dass bei Aldi kannst du für 5 Euro Sonnenblumenöl oder so schreiben. Schreib mal, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein Fake war auf Facebook. Einmal eine Zitronen, ach, Erdbeerlimonade. Dreimal Spreit. Ein Spülmittel. Die Spreit habe ich halt mitgebracht extra, weil die in schön 1 Liter, die kriegt man recht schwierig. Die meistens nur 2 Liter oder die ganz kleinen. Dann geht die Kohlensäure so schnell raus. Genau. Und da wir ja gerne uns ein alkoholfreies Bier zum Radler mischen. Einmal Essig, einmal Frischmilch, 2,8%. Einmal Haferflocken, weil wir ja morgens 3-4 Mal die Woche jetzt Haferflocken frühstücken. Dann haben wir zweimal passierte Tomaten. Ich habe nämlich eine neue App runtergeladen. Oh, die heißt, wenn ich mal eben gucken, die kann ich euch empfehlen. Eine Empfehlung am Rande. Und zwar Reste-Gourmet heißt das. Da könnt ihr eingeben, was ihr noch habt. Also ich habe jetzt halt Kichererbsen, Paprika angegeben. Und dann werden euch verschiedene Rezepte angezeigt, was ihr mit diesen Resten kochen könnt. Das ist richtig cool. Genau. Und deswegen habe ich jetzt passierte Tomaten haben wir noch geholt, weil er eh einkaufen war. Dann haben wir das. Wir bekommen heute Besuch zum Kaffee trinken. Deswegen gibt es hier so ein paar Teilchen, Schokoröllchen. Das ist mit Apfel und Manille für dich, habe ich gesagt. Okay, ein Nutella-Muffin für Calveno. Hier ist noch mehr Kuchen. Das ist richtiger Kuchen, 6 Teilchen weiter, so Sahneschnittchen für 2 Euro. Ist ja Wahnsinn, in Deutschland wird es ja für 15 Euro bezahlen. Ich würde gerne jetzt falsch dran sein. Ja, den zeigen wir euch nachher, wenn es den gibt. Dann gibt es 10 Brötchen. Zum Schnabulieren. Einen Eisbergsalat. Einmal Mandarinen. Tomaten. Negro Bonbons. Die sind von Bernd zur Zeit die Lieblingsbonbons. Dann haben wir zweimal Prinzessbohnen. Die machen wir auch zu Speckböhnchen. Einmal Brokkoli für Livia. Den schnabuliert die so weg. Eine Mayo. Ein Ketchup. Bananen-Nachschub. Dann noch eine halbbare Milch mit 3,5% Fett. Und einmal diese, weil wir haben überall Taschentücherboxen rumstehen. Aber die sind, also gab es nicht. Und wir brauchten welche, deswegen hat er die jetzt mitgebracht für 30 Cent. Ich glaube aber eher das sind Servierten. Genau. Ja, mal schauen. So, der Kuchen wird präsentiert. Und Bernd. Erdbeerschnitte und Schokorolle. Kokosrolle. Kokosrolle. Oh, das ist ja was für Casino. Deswegen hat es mir gedacht. Ja, weil der Besuch, das hat sich ja jetzt erledigt, der Besuch kam nämlich spontan gerade vorbei. Und die Ola-Ferline hatten. Ja. Aber auf Donner ist er verschoben. Jetzt muss ich den Kuchen essen. Das ist alleine. So ist das manchmal. Andere. Schau, wie? Wo ist die Kalle jetzt denn? Immer noch? Wohnwagen? Ach so, weil das so lange dauert. Ich dachte schon. Also das war die Kokos. Ah, okay. Für 2 Euro. Für 6 Stückchen kann man ja nicht mehr kaufen. Nee. Falvino, wir haben noch Schokokokoskuchen. Schokokokos. Schokokokokos. Für schlechte Zeiten. Ich habe es geschafft, mich fertig zu machen. Und nicht nur das. Tatatata. Ich habe schon was essen gekocht. Nach diesem Rezept da von Reste Gourmet. Allerdings nur als Inspiration. Es ist halt mit dem abgewandelt, was man so da hat. Dazu gibt es dann nachher einfach frischen Reis. Den habe ich schon mal im Wasser eingelegt. Jetzt mache ich mir gleich einen Zopf. Und die Männer sind draußen. Bernd und Falvino. Da. Ich gehe mal mit euch raus. Ich zeige es euch. Bernd hat schon hier unsere Sachen jetzt im Wohnwagen gebracht. Das sind Kleidungsstücke und Kuscheltiere. Die bleiben hier im Haus, wenn wir wegfahren. Smurphy chillt auf die Decke. Fein. Du kriegst bald deinen Zaun, ne? Ja, fein bestimmt. Der Bernd räumt jetzt hier auf. Die Wäschespinne noch? Ja, ich habe noch Wäsche jetzt drin. Die hänge ich gleich daran auf. Auf der Wäschespinne. Ja. Genau. Ich würde gerne die Schränke hier alle rüberbringen. Am Mittwoch oder Donnerstag, wenn der Ding vorbeikommt. Ja, machen wir. Dass ich die ihm dann rüber trage. Ja, okay. Dann ist hier auch wieder Luft. Ja, weil hier kommen ja die Steckdosen dran. Ja, genau. Wenn wir jetzt... Ich würde sagen, wir haben einfach zwei, zwei, zwei. Ja. Zur Not machen. Dann stellen wir unsere Möbel eh wieder an. Ja. Und eine Außenlampe. Da oben ist eine. Wir kriegen... Genau, der Elektriker kommt, wenn wir nicht da sind. Das ist Abfall oder? Ja, das ist die Wäsche, die weg kann. Das ist der Wettbezug, der kaputt ist. Und sowas alles. Hier. Also, wenn wir nicht da sind, kommt der Elektriker. Wir kriegen Außensteckdosen und eine Außenlampe mit Bewegungsmelder im Idealfall. Ich weiß nicht, ob der das anschließt, aber der macht halt die Kabel dafür. Legt der schon mal rein. Da sind schon Bohrungen, dass es rauskommt. Es wurde schon mal hier ein Graben gegraben zum Schuppen, dass wir da schon Strom haben. Aber da kommen halt auch eine Lampe und so rein und Steckdosen. Wir wissen ja einfach noch nicht, ob wir da ein Gästehaus rausmachen irgendwann oder ob es ein Schuppen bleibt. Das ist noch offen. Wir haben ja erstmal genug zu tun. So ist es ja nicht. Und ja, ansonsten geht es auch weiter hier. Die gehören Säcke immer raus. Ja, gebe ich dir. Ja, kein leeren Gang. Aber das ist vom Kinderwagen halt. Ja, der ist ja drin. Nein, nein, den nehmen wir nicht mit. Aber das ist der Regenverdeck. Wir hatten erst überlegt, den Kinderwagen in Deutschland wieder zu verkaufen. Den haben wir ja jetzt nur fünfmal benutzt oder so. Weil wir den halt wirklich kaum benutzen. Ich muss mal eben Essen umrühren. Aber dann haben wir gesagt, Livia ist ja jetzt 14 Monate. Vielleicht jetzt brauchen wir ihn nicht, aber vielleicht in einem Jahr, dass wir sagen, okay, wir nehmen ihn doch vermehrt. Deswegen behalten wir den noch, verkaufen können wir den immer noch. Aber es bringt uns nichts, den mitzuschleppen. Der wiegt ja auch zehn Kilo oder so. Wir müssen ja ein bisschen aufs Gewicht achten. Zehn Kilo ist eine Menge mit dem Wohnwagen und unserem Gespann. Deswegen lassen wir den hier. Weil wir wirklich, also wenn wir spazieren gehen, nehmen wir die Trage, weil wir meistens im Wald oder im Feld spazieren gehen. Und dann brauchen wir keinen Wohnwagen, ach keinen Wohnwagen, keinen Kinderwagen. Wie schön entspannt er jetzt hier ist. Ja genau, wenn wir weg sind, kommt auch der Zaun hier rum. Also einiges passiert, wenn wir nicht hier sind. Mal Essen probieren, abschmecken. Ja bitte. Eti buddelt. Ja Eti, mach mal fertig unseren Brunnen. Ja, die Abkürzung. Wer möchte probieren, Kartoffeln mit Kichererbse? Die klebt was runter. Zwiebel ist da drunter. Das ist eine Zwiebel von dem Moller. Nein, die ist nicht von dem Moller. Ist die schon weich, die Kartoffeln? Wie ist der Geschmack? Mit Reis nachher? Okay, super. Bitte. Noch, du auch probieren, Bernd? Mal rausgehen. Dann wird die noch mal gucken, was wir beide entdeckt haben gerade. Die hat doch geschlafen. Was hast du mit ihr entdeckt? Was habe ich mit ihr entdeckt? Was soll hinten raus, sagt sie? Hintenrum. Ja. Das hat dann da vorne gestanden, an den kleinen Türchen. Was ist das? Schere. Aber das habe ich überlegt, Elemente reinzumachen. Was man also schön freigeräumt hier, die unsere Wurzelnwecke macht. Und dann mache ich auf, nicht erschrecken. Feuerholz für eine Ewigkeit. Wow. Ist doch cool. Ich dachte, da war mal ein Schweinestall drin. Ja. Dann können wir da ja auch, ich habe ein bisschen Angst vor Zecken, den Rest Feuerholz, den wir noch haben, hinpacken, oder? Feuerholz, ja. Können wir die Tage dann da reinbringen. Ja, oder irgendwann. Ja, schön. Fast ja. Die kleinen Dinger kann Calvino ja hacken. Die kleinen Stämme. Hier ist ja ein. Ja, aber da braucht ja nichts gehackt werden. Dann muss ich da eine Axt holen. Ja, gut. Ich dachte, da ist eine Axt. Ja, da ist aber keine Spalt. Okay. Ich wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt. Oh, ist das schön heute. Ja, wie wir weiter. Können wir gleich, wie sie gucken, können wir gleich schön nach dem Essen und alle rausgehen, oder? Das ist ja wirklich wunderschön, das Wetter. Ja. Ja, hier guck mal hier vorne, da habe ich auch schon ein bisschen jetzt, wenn du glotzen möchtest. Ich glotze. Die kleine Wurzeln, die können wir auch jetzt. Ja. Ich sage immer dem Wetter, der soll diese Wurzeln, die haben wir gesammelt, die einfach so Wurzeln. Die brennt fünf Minuten, die Wurzeln. Ja, zum Anzünden. Da fahren wir genug Balken. Dann verbrennen. Ich sage immer sammeln. Nein, ich behalte die für dich. Danke. Da den Busch, kannst du, glaube ich, auch mal deinen Busch beschneiden. Hast du eine Beschneidungsmaschine. Ja, ich habe sie da hingelegt, die kleine. Handschuhe, wow, ja. Und da habe ich auch schon alles. Das bleibt dann so jetzt stehen. Ja, sieht ja schon wesentlich besser aus. Schön. Ja. Gut, sollen wir dann unseren Eintopf essen? Ja, Eintopf, Zwei Topf. Wir reißen es jetzt fertig. Herrchen draußen schon, der Schmock. Eti, der Schmock. Ja, und wir müssen jetzt hier nur spülen, ne? So sieht das hier aus, wenn wir spülen. Wir haben so immer Angst, dass unsere Badewanne kaputt geht, dass wir hier nur in Schüsse draufstellen und auf unsere Matte und dann ist alles voll Essensreste. Und das ist so doof. Wenn wir endlich unsere Stühle fertig haben, das ist doch viel besser. Ja. Ah, ja, das wäre dein Traum, dass ich dir den Messbecher voll Wasser mache, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das Essen war übrigens ausgezeichnet lecker. Ja. Na, war. Hat das geschmeckt. So, wir haben ja immer noch das Problem mit unserem Brunnen, das Hauswasserwerk, welches ja kaputt ist. Es könnte sein, eventuell, dass der Rückstau in diesem Plastikumverpackung fürs Wasserwerk, also dass da so Wasser drin ist, weil eventuell der Hahn oft zugemacht wurde, von wem auch immer. Ich weiß es nicht. Kann ich auch selber gewesen sein. Etti. Und dadurch sind die Leitungen gefroren und dadurch ist jetzt alles im Eimer. Im wahrsten Sinne. Etti. So, jetzt habt ihr uns den Tipp gegeben, das einfach mal rauszuholen, trocknen zu lassen. Wir kriegen es aber nicht raus, weil ja die Leitungen, was auch immer, geschweißt, gepresst, wie auch immer sind. Wir haben eine Schmutzwasserpumpe geholt, um das Wasser da rauszupumpen, aber die pumpt ja nicht tief genug. Hörst du auf damit? Er frisst den Wein. Etti. Und deswegen macht Bernd jetzt, wie ihr seht, in den Eimer das Wasser daraus. In der Hoffnung, dass es trocknet und in der allergrößten Hoffnung, dass es funktioniert, weil wie gesagt, das kostet 500 Euro, dieses Hauswasserwerk und das ist neu. Also es ist zwei Jahre alt oder drei, aber wir haben es nie benutzt. Und dieses Wasser da drin ist erst seit neuestem. Das war letztes Mal noch nicht. Ja, deswegen. Nicht so viel, ein bisschen halt. Ja, Livia, da kannst du nicht rein, mein Schatz. Ja. Eui, eui, eui. Ich habe einen Schlüssel. So, wir machen uns jetzt alle auf. Wir laufen zum Tante-Emma-Laden hier bei uns. Brumm, brumm. Einfach, dann hat es... Kann man das noch sagen? Oh, nicht, dass die Tante Emma sich... Nicht, dass der Onkel sich farsch fühlt. Onkel Ernst. Onkel Ernst Raupe. Ja, man weiß es nicht. Ihr wisst aber, was ich meine mit Tante-Emma-Laden. Smurf, jetzt lauf mir nicht hinterher. Das macht er immer, wenn ich ihn enthedder. Etty, zurück. Smurf, zurück. Ja, zurück, Smurfy. Ja, Moment, ich kann gerade nicht. Etty, zurück. Etty, zurück. Ja, da ist eine Sprungwand. Komm, komm. Super, genau. Fein. Oh, die sind deine Herrkalle. Die ist da vorne an der Leiter. Jetzt hör auf zu veranschen. Hier, Kalle, Schlüssel. Hier sind die Eierkartons, bitteschön. Und hier sind die Samen. Hier. Aber immer nur ein paar nehmen. Nicht alle verbrauchen, ne? Ja, ich mach auch, glaub ich, mehr so Essbares als... Ja, mach. Gut, genau, das geht ab. Also der Dings war zu. Der Tante-Emma-Laden. Ich hab mir ein paar Vorsitzchen unterwegs mitgenommen. Die wollte ich jetzt im Wasser stellen, weil die kriegen dann Wurzeln. Den Trick hab ich noch von meiner Mama. Und dann möchten ich den einpflanzen irgendwann. Denn ich find das schön. So, dann nehmen wir das hier. Ein Glas. Dann seht ihr, dass unsere Küchenschränke noch nicht... Nicht mal ausgeräumt sind. Nicht ausgeräumt, nicht... Nicht ausgewaschen. Nichts. Anniper auf dem Glas. So. So. Hab ich mir das gedacht. So. Ihr kommt mit. Wir bleiben jetzt nämlich draußen, weil so schönes Wetter ist. Es ist herrlich. So. Smurphy kriegt auch Wasser. Smurphy, hier ist dein Wasser. Ach, der hat schon getrunken. Aber es ist nass. Okay. Dann kriegen wir die Vorsitzchen Wasser. So, schön, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange blühen die denn sonst raus? Jetzt ist ja Anfang, Mitte April. Wie lange die blühen? Das schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ja, Livia, was machen wir? Wo ist denn der Calvino? Geplatzt? Das glaube ich nicht. Ach, da ist der. Ah, holt sich gute Erde. Wo habt ihr die Handschuhe gefunden? Die waren in dem Eimer. Die waren im Müll eigentlich. Ah, okay. Die sind noch benutzbar. Super. Super, super. Wir haben so viele Wildkräuter hier. Guck mal, Livia. Ja, das ist die purpurfarbene Taubnessel. Der Ehrenpreis. Und der ist so schön, so blau. Das sieht so toll aus. Und bei dem ist das die Bienen? Ja. Ja, das ist schön für die Bienen. Die machen ja so nichts, die Bienen. Nee, aber das ist so. Ja. Aber hier ist überall in der Überzahl. Ja, ganz viele Bienen. Nur das weiß ich hier. Da weiß ich nicht, was das sein könnte. Jetzt kommt der Test. Ich wurde jetzt halt da drin. Konnte ein bisschen abtropfen. Weil wir haben gesagt, das ist ja für Wasser gemacht, dieses Hauswasserwerk. Vielleicht funktioniert es ja. So, du musst das reinstecken. Ja. Und ich gehe da drin. Ja. Und guckst, dass du Essen rauskriegst. Okay. Wenn ich schreie, mach ich sofort wieder rauskriegen. Ja, warte mal, Livia. Wir müssen das ein Stück weiter weg. Vorsicht. Wir müssen hier näher ran. Kann ich? Geht? Jo. Warte. Ist... Nee. Sicherung wieder rausgesprungen. Ich wollte den Vlog nur noch beenden. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Schönen. Ja.